Heute bei mir zu Gast. Der Mann, über den ganz Deutschland diskutiert. Der Deutsch-Türke Murat Kornac. Fast fünf Jahre war der gebürtige Bremer im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba inhaftiert. Fünf Jahre, in denen er unvorstellbare Qualen erlitt. Seit Ende August ist Murat Kornac endlich in Freiheit und zurück in seine Heimat Deutschland. Heute gibt er sein erstes Fernsehinterview. Und ich freue mich auf die Mutter von Murat, Rabiel Kornac, die nie an der Unschuld ihres Sohnes zweifelte und jahrelang für seine Freilassung kämpfte. Außerdem Bernhard Docke, Murat Kornac, Rechtsanwalt. Siegfried Kauder, Vorsitzender des BND-Untersuchungsausschusses, der demnächst den Fall Kornac untersuchen wird. Und der Journalist Hans Leindecker. Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer. Und ich freue mich sehr, dass Murat Kornac heute bei mir zu Gast ist. Murat, herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen mal ein bisschen über die Geschichte reden, was da in den letzten fünf Jahren, Murat, alles mit Ihnen passiert ist. Jetzt sind Sie schon eine ganze Zeit lang wieder zurück. Als Sie, Murat, das jetzt dann gehört haben vom amerikanischen Anwalt nach dieser ganz langen Zeit und der Sie anrief und hat gesagt, Sie kommen frei, Murat. Haben Sie in dem Moment daran geglaubt? Ich habe nicht daran geglaubt. Weil die Amerikaner haben mir das schon fünf Jahre, fast fünf Jahre immer wieder erzählt. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, es könnte wahr sein. Aber geglaubt habe ich es nicht. Murat, viele Zuschauer werden sich jetzt fragen, warum trägt Murat Kornac so einen langen, großen Bart? Es ist wegen dem Sunder des Propheten. Ja, also die Glaubensgesetze des Sunder. Ja, die Sachen, was die Propheten getan haben, dasselbe, wir nennen es Sunder. Sie sagen, die Propheten haben Bärte getragen, lange Bärte? Alle Propheten haben Bärte getragen, wie Mohammed, oder auch Jesus oder Moses. Alle Propheten haben Bärte getragen und gläubige Menschen, sie möchten einfach dasselbe tun, was die Propheten getan haben. Und ein Bart tragen, das gehört halt dazu. Murat, wie ist das jetzt zu Hause? Ich habe das ja gemerkt, als ich Sie besucht habe. Wenn man in Bremen ins Taxi steigt, dann wissen die Taxifahrer, wo sie wohnen. Man sagt, ich will zu Murat Kornac, dann fahren die dahin nach Hemmelingen. Sie sind ein bekannter Mensch in Bremen, weil viele auch teilgenommen haben an ihrer Geschichte, an ihrem Schicksal. Müssen Sie jetzt viel über Guantanamo erzählen, immer bei Freunden oder Bekannten? Fragen die viel? Das ist ganz im Gegenteil. Meine ganzen Freunde, auch meine Familie, sie möchten mich über diese Haft nicht fragen. Sie möchten darüber nichts wissen. Und ich denke, dass meine Freunde mich danach nicht fragen, weil sie möchten mich einfach nicht daran erinnern, an diese schlimmen Zeiten, die ich durchmachen musste. Murat, wollen wir mal gucken, damit auch der Zuschauer nochmal nachvollziehen kann, was ihm da in den fünf Jahren widerfahren ist. Es war ja am Anfang nur ein Weg, eine Reise nach Pakistan, die sollte eigentlich gar nicht so lange dauern. Hier ist nochmal die Chronologie der Geschichte von Murat Kornac. 3. Oktober 2001. Der damals 19-jährige Murat Kornac fliegt von Frankfurt nach Karachi in Pakistan. Ziel seiner Reise ist es, den Islam zu studieren. Kornac, Sohn türkischer Einwanderer, hat im Jahr zuvor seine religiösen Wurzeln entdeckt. Nur wenige Tage, nachdem Kornac in Pakistan eintrifft, bricht im Nachbarland Afghanistan der Krieg gegen die Taliban aus. 1. Dezember 2001. Murat Kornac Reise ist beendet. Er will nach Deutschland zurückfliegen. Inzwischen haben die USA im Kampf gegen den Terror hohe Kopfgelder für die Ergreifung Terrorverdächtiger ausgesetzt. Auf dem Weg zum Flughafen wird Kornac ohne erkennbaren Grund von pakistanischen Polizisten in Peshawar verhaftet und an die US-Armee verkauft. Weihnachten 2001. Kornac wird in das Gefangenenlager in Kandahar, Afghanistan ausgeflogen. Erstmals erfährt er den Grund seiner Verhaftung. Man wirft ihm vor, Mitglied der Al-Qaida zu sein. Februar 2002. Das US-Militär fliegt Murat Kornac nach Guantanamo Bay auf Kuba aus. Dort unterhalten die USA seit den Anschlägen vom 11. September ein Gefangenenlager, in dem Terrorverdächtige ohne Rechtsgrundlage inhaftiert werden. Kornac hofft zu diesem Zeitpunkt noch auf eine baldige Freilassung. Doch sein Martyrium voller Verhöre, Demütigungen und Folter wird fast fünf Jahre dauern, obwohl er fortwährend seine Unschuld beteuert. Mai 2002. Rabie Kornac, die Mutter von Murat, kämpft für die Freiheit ihres Sohnes und verpflichtet den Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke. Gemeinsam wenden sie sich an die deutsche, türkische und amerikanische Regierung. September 2002. Vertreter des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes befragen Kornac in Guantanamo. Obwohl seine deutschen Befragern und an seine Unschuld glauben und die USA das Angebot zur Entlassung machen, kommt Kornac nicht frei. Oktober 2004. Erst nach drei Jahren Gefangenschaft in Guantanamo darf der US-Anwalt Bachher Azmi seinen Mandanten Murat Kornac sprechen. Für Kornac ist es der erste Kontakt zur Außenwelt. 31. Januar 2005. US-Richterin Joyce Green vom District Court of Columbia verfügt in einem Urteil, dass die Inhaftierung von Guantanamo die Genfer Konvention und die US-Verfassung verletzten. Im Fall von Murat Kornac gäbe es keine Beweise, dass er Selbstmordattentate oder den bewaffneten Kampf gegen die USA geplant habe. Dennoch kommt Kornac nicht frei. 13. Januar 2006. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft US-Präsident George W. Bush. Merkel spricht den Fall Kornac an. In den Folgemonaten erörtern Deutsche und amerikanische Diplomaten eine Lösung. 24. August 2006. Murat Kornac ist frei. Er landet mit einer Sondermaschine im pfälzischen Rammstein. Doch selbst seine letzten Stunden in US-Gewahrsam verbringt er an Händen und Füßen gefesselt, angekettet am Boden der US-Militärmaschine. Nach 1725 Tagen ist Familie Kornac wieder vereint. Also, ich kenne Ihre Familie inzwischen auch ein bisschen, also die Eltern sind keine orthodoxen Muslime. Mutter sagt selber, ich bin eine moderne Frau, träge kein Kopftuch und die ist mit zwölf Jahren, ist ihre Mutter nach Bremen gekommen, ist dort geblieben, mit ihrem Mann zusammen. Und als Murat Sie dann anfing mit 18 Jahren zu sagen, also Religion hat für mich einen anderen Wert, als Sie sich sehr dafür interessiert haben, was hat denn Mutter Rabie dazu gesagt? Sie hat mir schon Fragen gestellt, wieso und weshalb, wieso ich jetzt einen Bart tragen würde. Ich habe sie erzählt und sie hat mich so respektiert, wie ich bin. Sie hat mich immer als meine Mutter unterstützt, was immer es auch sei. Sie wollte es natürlich wissen, wieso, wie ich dazu gekommen bin. Was war denn der Grund der Veränderung? Also vorher Diskothek und danach regelmäßig in die Moschee gegangen. Was war der Grund? Zu meinen Zeiten, wo ich noch zu Diskotheken gegangen bin, habe ich vieles erlebt. Ich habe viele Freunde aus meiner Kindheit. Ich habe sie verloren. Einige sind heute immer noch drogenabhängig. Und einige sind abgeschoben worden, zurück in die Türkei. Und ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht, wieso es sein muss. Wieso habe ich meine Freunde aus meiner Kindheit verloren. Und ich habe die Lösung im Islam gesehen, weil unser Glauben im Islam verbietet all das, was einem Menschen Böses antun könnte. Es war ja die Situation, also um nochmal zurückzugehen, 2001 mit 19, Sie waren damals 19 Jahre alt, da hatten Sie vorher im Sommer in der Türkei geheiratet. Ein 17-jähriges Mädchen und Sie hatten eigentlich geplant, dass Ihre Frau dann im Dezember nach Bremen kommt zu Ihnen. Und wollten dann vorher nochmal ein bisschen mehr über Ihre Religion erfahren und sind deshalb nach Pakistan gereist. Also warum denn gerade nach Pakistan? Was war Ihr Plan? Ich wollte unbedingt meinen Glauben durch den Jamaat-Tablich kennenlernen. Ja. Weil es gibt es eine große Gruppe, eine islamische Bewegung. Sie nennen sich Jamaat-Tablich. Die Art und Weise, wie Sie Islam beibringen und wie Sie selber studieren, es hat mich einfach, persönlich hat es mich einfach bewundert. Also am 3. Oktober ging es los. Drei Wochen nach den Anschlägen vom 11. September. Haben Sie sich irgendwie vorher Gedanken gemacht, dass das möglicherweise ein bisschen delikat sein kann, in diese Gegend zu fahren? Wenige Wochen nach den Anschlägen auf das World Trade Center? Ich habe mir dabei keine Gefahr sehen können. Ich habe mir dabei nichts gedacht, dass es irgendwie gefährlich sein könnte. Weil damals gab es noch keinen Krieg zwischen Amerika und Afghanistan. Vielleicht sollten Sie den Zuschauern nochmal erklären, die Religionsgemeinschaft, von der wir eben gesprochen haben. Diese Missionsbewegung. Viele sagen ja, viele Religionswissenschaftler, das sei eine konservative, friedliche, muslimische Missionsbewegung, die Tabligi al-Yamad. Teile des BND oder auch US-Amerikaner sagen, wir hätten durchaus Verbindungen zu Terrornetzwerken. Wie haben Sie denn diese Religionsgemeinschaft, diese Missionsbewegung kennengelernt oder erfahren, als Sie dort waren? Sie sind sehr freundlich. Sie sind mit mir sehr freundlich umgegangen. Es sind ganz nette Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute irgendwas mit Terroristen zu tun haben. Oder auch, dass sie irgendwelche Terroristen unterstützen würden. Das könnte ich mir nie vorstellen. Sie wollten ja schließlich nach Deutschland zurück. Das war der 1. Dezember und auf dem Weg dann zum Flughafen sind Sie gestoppt worden. Sie waren in einem Bus und dieser Bus wurde kontrolliert angehalten. Es kam eine pakistanische Polizei zu Ihnen. Was ist da genau passiert in dem Moment, als Sie in dem Bus saßen und Sie wurden als einziger rausgeholt? Diese Kontrollen in Pakistan, die sind ganz normal. Sie tun es überall. Die haben diesen Bus angehalten, um einfach reinzugucken. Der Polizist, er hat mich als hellhäutiger, bin ich ihm aufgefallen. Ich habe meinen Reisepass rausgeholt, habe es ihm vorgezeigt. Und dann wollte er, dass ich rauskomme. Dann bin ich ausgestiegen aus diesem Bus. Sie haben mich in einem Polizeiregul geführt, wo Sie mich später auch ausgefragt haben. Was haben die von Ihnen wissen wollen? Was haben die gesagt? Hat man gesagt, Sie gehören zur Al-Qaida? Hat man Sie als Terrorist verdächtigt? Ich wurde nicht als Terrorist verdächtigt, sondern Sie haben mich zuerst für einen Journalisten gehalten aus Deutschland. Und Sie haben mir Fragen gestellt, ob ich von der Polizei bin oder ob ich was mit den Amerikanern zu tun habe. Ich habe denen immer wieder erzählt, dass ich kein Journalist bin, auch kein Polizist und dass ich mit solchen Sachen nichts zu tun habe. Murat, ca. 20 Tage in pakistanischer Haft gewesen. Es war eine Situation ganz in der Nähe zur Grenze zu Afghanistan und der Gebirgskette Tora Bora, der als Versteck ja für viele Al-Qaida-Kämpfer galt. Die US-Regierung hat in der Zeit Kopfgelder ausgesetzt für Terrorverdächtige. Sie haben gesagt, wenn Terrorverdächtige ausgeliefert werden an amerikanische Soldaten, dann gibt es dafür 3.000 bis 5.000 Dollar. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie an die Amerikaner verkauft wurden? Zuerst habe ich es nicht gewusst, dass ich an die Amerikaner verkauft wurden bin. Nur später auf Guantanamo auf einem Verhör besagte mir ein amerikanischer Verhörer, der mich ausgefragt hat, wie kam einfach das auf diesen Kopfgeld. Ich habe ihm gesagt, ich weiß ganz genau, dass er mich für 5.000 Dollar abgekauft hat. Er sagte mir, nee, wir haben für dich nicht 5.000 bezahlt. Es waren nur 3.000. Murat, von Pakistan ging es ja weiter kurz vor Weihnachten. Nach Kandahar in Afghanistan. Da wurden Sie ausgeflogen. Wie wurden Sie da von den Amerikanern behandelt? Auf Kandahar? Ja. Wir wurden fast tagtäglich geschlagen. Wir müssen nackt in der Kälte stehen oder sitzen. Wir wurden gefoltert in aller Art. Alles, was man sich vorstellen kann. Es gibt ein Foto vom Lager in Kandahar. Können Sie uns sagen, wo Sie inhaftiert waren? Ja, ich kann alles wieder erkennen. Ich habe alles noch ganz gut in Erinnerung. Die Kollegen des Sternen haben uns dieses Bild zur Verfügung gestellt. Also dieses große Bunker, was man sehen kann. Ja. Nenne ich mal Bunker. Da wurde ich für ein paar Tage aufgehangen an den Ketten. An Ketten aufgehängt? Sie hingen in Ketten? Ja. Ich wurde von meinen Händen aus gefesselt. Da musste ich so hängen. Man wird alle paar Stunden umgehangen, damit man auch nicht stirbt und noch ausgefragt werden kann. Denn auf dieser Position, wenn man mit den Händen von hinten gefesselt ist und aufgehangen wird, das kann einen Menschen nicht viel mehr aushalten als ein paar Stunden. Da kann man ganz schnell sterben. Moran, in welcher körperlichen und seelischen Verfassung waren Sie in der Zeit da in Kandahar? Ich bin, körperlich bin ich schon fast, ich bin an der Grenze gewesen. Ich bin kurz vorm Sterben gewesen. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich das alles überleben werde. Ich bin schon davon ganz fest ausgegangen, dass ich jederzeit sterben kann. Ich bin viel Neues in Ohnmacht gefangen, wegen diesem ganzen Schmerz und der Kälte. Mein Körper konnte es nicht mehr tragen. Ich hatte schon viel abgenommen, bin abgemagert gewesen, habe überall nur noch Schmerzen gespürt. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass ich es nicht überleben kann. Was haben die amerikanischen Soldaten zu Ihnen gesagt? Haben Sie Ihnen einen Grund gesagt, weshalb man Sie so behandelt? Sie haben mir gesagt, dass ich mein Visum nach Pakistan gefälscht hätte und Kontakt hätte mit Mohammed Atta und auch ganz bestimmt wusste, wo Osama Bin Laden sich aufhält. Mohammed Atta, den Zuschauern, das war der Pilot, der mit der Maschine als erster in den World Trade Center geflogen ist und hier in Hamburg früher zu Hause war, in dieser Zelle in der Marienstraße 54, das möglicherweise da im Zusammenhang hergestellt wurde. Hat man Ihnen wirklich mal gesagt, Sie gehören dazu? Sie haben mir, die Amerikaner haben mir gesagt, dass wir zusammen in derselben Moschee gebetet haben und dass wir sehr gute Freunde gewesen sein sollen und ich alles über ihn wusste, auch über diese, am 11. September, diese Angriffe, dass ich davon auch schon Bescheid wusste. Haben Sie Mohammed Atta jemals vorher getroffen? Natürlich habe ich ihn nie getroffen. Ich habe diesen Mann nie gekannt. Außer aus den Medien, wie jeder andere. Ich habe ihn das erste Mal im Fernseher gesehen, wo sie ein Bild von ihm gezeigt haben. Die Amerikaner wussten es auch. Ich weiß, es war nicht nur so, dass Sie angekettet wurden. Es gab auch andere Foltermethoden in Kandahar. Was hat man Ihnen sonst noch alles zugefügt? Sie haben mich mit Elektroschockern, Elektroschockern, Elektroschocks haben sie mich, sie haben mir Elektroschocks an die Füße gehalten, damit ich zugeben sollte. Und sie haben meinen Kopf im Wasser, unter Wasser getroffen und dabei auch zugeschlagen. Das heißt, sind Sie in eine Wanne geschubst worden oder haben Sie den Kopf runtergedrückt? Sie haben mir gesagt, ich bin gefesselt gewesen, ich musste stehen. Einer hat mich von meinen Haaren festgehalten und immer wieder ins Wasser getaucht. Sie wollten, dass ich unbedingt zugebe, dass ich von Al-Qaida bin, dass sie mich dann auch in Ruhe lassen werden. Sie haben mir gesagt, ich sollte zugeben, dass ich von Al-Qaida bin, dass sie mich dann auch in Ruhe lassen würden. Ich habe denen erzählt, dass ich nicht lügen werde. Ich bin nicht von Al-Qaida und ich werde sowas auch nicht sagen. Sie haben mir immer wieder zugeschlagen. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht von Al-Qaida, sie haben mir immer wieder zugeschlagen und von neu auf gefragt, bist du von Al-Qaida? Sie haben mir vielmals Papiere mitgebracht und mich gezwungen, dass ich es unterschreiben sollte. Und wenn nicht, haben sie immer wieder zugeschlagen. Nur ich habe nie gesagt, dass ich von Al-Qaida bin. Habe auch nie sowas unterschrieben. Ihnen gedroht, sie zu erschießen? Das haben sie auch. Ich bin in der Kälte gewesen. Ich konnte schon meine Hände und Füße nicht mehr spüren. Sie sind schon total ausgeschwollen gewesen. Sie sind angeschwollen gewesen. Und dann bedrohte mich einer von ihnen mit der Waffe. Sie hielten einen Pumpkin an meinem Kopf. Er sagte mir, dass er mich erschießen würde. Ich habe gelacht. Und alle anderen Gefangene, sie haben auch gelacht. Es war einfach... Ich bin schon fast... Ich bin schon fast tot gewesen. Ich musste... Falls er mich erschießen würde, wäre es für mich einfach... Wäre es für mich einfach viel einfacher. Es wäre einfach für mich... Es wäre für mich einfach... Fertig. Müsste ich diesen ganzen Schmerz nicht mehr fühlen. Gleich am Anfang Ihrer Gefangenschaft in Kandahar sagen Sie, Murat, hätten Sie eine Begegnung mit deutschen Soldaten gehabt. Können Sie uns erzählen, was da passiert ist? Ich musste an diesen Maschendraht zauern. Ich sollte dahinter stehen. Dann kamen zwei... Zwei andere Soldaten mit einem anderen Uniform. Was sich unterscheidet von den Uniformen des Amerikaner. Dann habe ich sie mir näher angeguckt. Ich habe diesen... Ich habe ihre deutsche Flagge... Ich habe die deutsche Flagge sehen können. Auf der Uniform? Auf der Uniform. Und... Haben die Deutsch gesprochen? Sie haben mir auf Deutsch gesagt, dass ich mir die falsche Seite ausgesucht habe und auf den Boden gucken sollte. Haben Sie perfektes Deutsch gesprochen, Murat? Ja, Sie haben perfekt Deutsch gesprochen. Ich habe keine Zweifel, dass es Deutsche gewesen sind. Was haben Sie da mit Ihnen gemacht? Wo Sie mich aufgerufen haben, 053... Ja. Das waren die Amerikaner. Sie haben auch mit den Fingern auf mich gezeigt, dass ich der German Guy bin. Sie haben mich den Deutschen vorgeführt halt. Dann durfte ich wieder zurück. Ein paar Minuten später... haben sie mich nochmal aufgerufen. Ich sollte mich fertig machen... fürs Escort-Team. Escort-Team sind diejenigen, die uns fesseln und mitnehmen zum Verheer oder wo auch immer. Ich musste mich auf meinen Bauch legen, Hände auf den Rücken. Dann kamen sie rein, haben mich gefesselt. Und... Sie haben mich hinter einem LKW gebracht, hinter einem Militär-LKW. Sie haben mich... Sie haben mich auf mein Gesicht fallen lassen. Da kam einer von den Deutschen. Die Amerikaner, sie sind zurückgetreten. Da kam einer von den deutschen Soldaten. Hat mich an den Haaren... festgehalten und meinen Kopf hochgezogen. Er hat... Er hat mich gefragt, weißt du, wer wir sind? Hat er sich vorgestellt? Er hat mir nicht gesagt, wie er heißt oder wer er ist. Aber zu welcher Truppe er gehört? Er hat mich gefragt, weißt du, wer wir sind? Bevor ich ihm noch antworten konnte, hat er mir gesagt, wir sind das Deutsche Kraft, KSK. Dann hat er meinen Kopf wieder auf den Boden gestanden. Das fanden die... Das fanden alle so lustig. Die haben alle zusammen gelacht. Die Amerikaner und diese beiden Soldaten. Dann haben sie mich noch getreten. Ich weiß nicht, welcher von den beiden mich getreten hat, aber... Sie haben mich auch getreten. Und später... brachten mich die Amerikaner halt zurück in diesem... Zu den anderen gefangenen. Würden Sie die Männer heute noch identifizieren können? Ganz bestimmt. Was haben die ihnen gesagt? Haben die gesagt, wir sind hier, um ihre Argumente zu hören? Sie haben mir keine Fragen gestellt. Keine Fragen? Es war keine Befragung. Sie wollten... Ich gehe davon aus, dass Sie einfach... Dass Sie einfach Spaß haben wollten. Morat, Sie sind dann am 2. Februar ausgeflogen worden. Sie wussten nicht, wo es hingeht. 20-stündiger Flug unter schrecklichen Bedingungen. Sie hatten keine Ahnung, dass es nach Guantanamo geht. Sie glaubten eher, weil auch ein paar türkische Kollegen dabei waren, ein paar Freunde, die Sie dort in Kandahar getroffen haben, dass es jetzt in die Türkei geht, dass Sie ausgeflogen werden. Dann dieser wahnsinnig lange Flug unter schrecklichen Bedingungen. Was passierte, als Sie dann in Guantanamo ankamen? Was hat man mit Ihnen gemacht? Wir mussten in einen Bus einsteigen, aus dem Flugzeug. Und wir wurden unterwegs viel geschlagen und getreten. Dann mussten wir aussteigen. Dann mussten wir vor mehrere Stunden auf dem Boden im Schneidersitz sitzen. Dann... Dann kamen zwei Soldaten, die uns mitgenommen haben. Sie nahmen mir die Augenmasken ab. Dann habe ich mich selbst vor einem Käfig gesehen. Damals waren auch Käfige, die im Freien standen. Das war das erste Camp, das hieß Camp X-Ray. Camp X-Ray. Wie schwer war das da auszuhalten? Ich meine, diese Hitze auf Guantanamo, die Wächter. Wie sah der Alltag aus in diesen Käfigen? Also, wo ich zur ersten Zeit, wo sie mich eingesperrt haben in diesen Käfig, den X-Ray, da habe ich versucht, meinen Nachbarn... Ich wollte wissen, wie lange sie schon da sind. Ja. Weil es ist nicht auszuhalten gewesen, dieser kleine Käfig. Da gab es keine Toiletten, kein Waschbecken, kein gar nichts. Es ist nur ein ganz kleiner Käfig gewesen. Ich habe gedacht, es ist nur fürs Umziehen gedacht, dass es dann... Sie haben nicht geglaubt, dass Sie dort länger bleiben müssen? Ich dachte, dass ich mich dort umziehen muss und dass es dann zu einem Gefängnis gehen wird. Ich habe nachgefragt, wie lange meine Nachbarn schon da sind. Er sprach nicht dieselbe Sprache, er konnte auch absolut kein Englisch. Er hat mir mit den Fingern gezeigt, 20. Ich dachte, 20 Stunden. Und 20 Stunden waren für mich viel Zeit. Ich habe mich gewundert, wie man 20 Stunden in solch einem Käfig aushalten kann. Nachdem 20 Stunden vorbei gewesen sind, ich habe ihn nochmal gefragt, wie lange man da bleiben muss. Er sagte, dann habe ich festgestellt, dass es nicht 20 Stunden gewesen sind, sondern das erst 20 Tage, meinst du? Es war ja so eine Strafmaßnahme, man sieht das auch in Road to Guantanamo in dem Film, dass die Gefangenen ständig verlegt wurden. Haben Sie das auch so erfahren? Hat man auch Sie immer wieder rausgeholt, woanders hingebracht? Ja, ich wurde eine Zeit lang alle zwei Stunden verlegt und darf absolut nicht schlafen, falls man auch in diesen zwei Stunden in seinem neuen Käfig einschläft oder versucht zu schlafen. Da wissen die Wächter schon Bescheid, die passen auf, dass man nicht schlafen geht oder nicht einschläft. Wenn man einschläft und sie es nicht schaffen, dich aufzurecken, dann kommt diese Truppe. Sie sind einsatzbereit zu jeder Zeit. Sie brauchen nur höchstens eine Minute, dass sie da sind. Dann sprachen sie mit Pfefferspray und dann sprachen sie mit Pfefferspray und sie stürmen rein, springen auf dich und schlagen zu, schlagen und treten zu. Man wird gefesselt. Dann kommen wir raus. Wie lange haben Sie das ausgehalten, diesem Psychoterror? Zum einen immer wieder aufgeweckt zu werden, nicht schlafen zu können, zum anderen natürlich auch von dieser Nerftruppe, von dieser Einsatztruppe, dann so misshandelt zu werden? Es hat mehrere Wochen gedauert mit diesen zwei Stunden Verlegung. Ja. Hat es mehrere Wochen gedauert. Es ging ab und zu immer wieder zum Verhör. und der Verhörer. Ja. Er hat mir immer wieder ein Angebot gemacht. Sollte ich irgendwas zugeben, was sie gerne hören möchten, dass es dann auch ein Ende haben würde. Wo haben Sie die Kraft gehabt, da standhaft zu bleiben und nichts zu unterschreiben und nichts zuzugeben? Ich habe Vertrauen an meinen Gott. Ich habe ihn immer wieder gebeten, dass er mir Geduld gibt und körperlich auch geistige Kraft gibt, um sowas ausstehen zu können. Denn ich wusste ganz genau, sollte ich sowas zugeben, sollte ich sowas sagen, würde ich ganz bestimmt nie wieder zurück nach Hause kommen können. Das ist mir klar gewesen. Sie hatten ja auch eine Gelegenheit, nach Hause zu schreiben, das Rote Kreuz. Da gibt es ein kleines Dokument, Murat, ein Brief nach Hause, nach Bremen Himmelingen, auf Deutsch geschrieben, an die Familie. Was mich wundert, Murat, Sie beschweren sich in diesem kleinen Brief überhaupt nicht. Das ist vom 14. Mai 2002, ist es dann zugestellt worden. Das heißt, am 1. oder 2. Februar sind Sie dort angekommen in der Zeit. Also im Mai kam dann diese kurze Notiz zu Hause bei Ihrer Mutter Rabbi und bei Ihrem Vater Metin an. Sie sagen noch immer, es geht mir gut und ich hoffe, dass ich aus der Untersuchungshaft rauskomme, dass bald alles vorbei ist. Bestellt allen, die ich liebe, nette Grüße, besonders meinen Brüdern und allen anderen auch. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Es geht mir gut und ich hoffe, es geht euch ebenso. Inschallah. Ganz genau, in diesem Brief habe ich nicht erwähnt, wie es mir wirklich ging, weil ich durfte es auch nicht. Ich habe vor diesem Brief schon viele andere Briefe versucht, loszuschicken. Ich habe viele Karten geschrieben und die Karten wurden nicht losgeschickt. Ich wurde immer wieder zum Verhör genommen wegen der Karte, was ich geschrieben habe. Sie sagten, dass diese Karte nicht durchkommt und dass es einfach nicht gut ist, dass ich sowas nicht schreiben darf. Ich wurde wegen dieser Karte oder des Briefes geschlagen und sie sagten mir, falls ich möchte, dass meine Familie Bescheid weiß, wo ich bin, dann müsste dieser Brief halt ganz anders aussehen. Heute bei mir zu Gast. Der Mann, über den ganz Deutschland diskutiert. Der Deutsch-Türke Murat Kurnatz. Fast fünf Jahre war der gebürtige Bremer im US-Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba inhaftiert. Fünf Jahre, in denen er unvorstellbare Qualen erlitt. Seit Ende August ist Murat Kurnatz endlich in Freiheit und zurück in seine Heimat Deutschland. Heute gibt er sein erstes Fernsehinterview. Und ich freue mich auf die Mutter von Murat, Rabie Kurnatz, die nie an der Unschuld ihres Sohnes zweifelte und jahrelang für seine Freilassung kämpfte. Außerdem Bernhard Docke, Murat Kurnatz, Rechtsanwalt. Siegfried Kauder, Vorsitzender des BND-Untersuchungsausschusses, der demnächst den Fall Kurnatz untersuchen wird. Und der Journalist Hans Leindegger. Guten Abend und herzlich willkommen Ihnen zu Hause, liebe Zuschauer. Und ich freue mich sehr, dass Murat Kurnatz heute bei mir zu Gast ist. Murat, herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen mal ein bisschen über die Geschichte reden, was da in den letzten fünf Jahren Murat, alles mit Ihnen passiert ist. Jetzt sind Sie schon eine ganze Zeit lang wieder zurück, als Sie, Murat, das dann gehört haben vom amerikanischen Anwalt nach dieser ganz langen Zeit und der Sie anrief und hat gesagt, Sie kommen frei, Murat. Haben Sie in dem Moment daran geglaubt? Ich habe nicht daran geglaubt, weil die Amerikaner haben mir das schon fünf Jahre, fast fünf Jahre immer wieder erzählt und ich bin natürlich davon ausgegangen, es könnte wahr sein, aber geglaubt habe ich es nicht. Viele Zuschauer werden sich jetzt fragen, warum trägt Murat Kurnatz einen langen, großen Bart? Es ist wegen den Sunnah des Propheten. Ja, also ihr Glaubensgesetze des Sunnah. Ja, die Sachen, was die Propheten getan haben, dasselbe, wir nennen es Sunnah. Sie sagen, die Propheten haben Bärte getragen, lange Bärte? Alle Propheten haben Bärte getragen, wie Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam oder auch Jesus oder Moses. Alle Propheten haben Bärte getragen und gläubige Menschen, sie möchten einfach dasselbe tun, was die Propheten getan haben. Und ein Bart tragen, das gehört halt dazu. Murat, wie ist das jetzt zu Hause? Ich habe das ja gemerkt, als ich Sie besucht habe. Wenn man in Bremen ins Taxi steigt, dann wissen die Taxifahrer, wo sie wohnen. Dann sagt, ich will zu Murat Kurnatz, dann fahren die dahin nach Himmelingen. Sie sind ein bekannter Mensch in Bremen, weil viele auch teilgenommen haben an ihrer Geschichte, an ihrem Schicksal. Müssen Sie jetzt viel über Guantanamo erzählen, immer bei Freunden oder Bekannten? Fragen die viel? Das ist ganz im Gegenteil. Meine ganzen Freunde, auch meine Familie, sie möchten mich über diese Haft nicht fragen, sie möchten darüber nichts wissen. und ich denke, dass meine Freunde mich danach nicht fragen, weil sie möchten mich einfach nicht daran erinnern, an diese schlimmen Zeiten, die ich durchmachen musste. Murat, wollen wir mal gucken, damit auch der Zuschauer nochmal nachvollziehen kann, was ihm da in den fünf Jahren widerfahren ist. Es war ja am Anfang nur ein Weg, eine Reise nach Pakistan, die sollte eigentlich gar nicht so lange dauern. Hier ist nochmal die Chronologie der Geschichte von Murat Kurnatz. 3. Oktober 2001. Der damals 19-jährige Murat Kurnatz fliegt von Frankfurt nach Karachi in Pakistan. Ziel seiner Reise ist es, den Islam zu studieren. Kurnatz, Sohn türkischer Einwanderer, hat im Jahr zuvor seine religiösen Wurzeln entdeckt. Nur wenige Tage, nachdem Kurnatz in Pakistan eintrifft, bricht im Nachbarland Afghanistan der Krieg gegen die Taliban aus. 1. Dezember 2001. Murat Kurnatz' Reise ist beendet. Er will nach Deutschland zurückfliegen. Inzwischen haben die USA im Kampf gegen den Terror hohe Kopfgelder für die Ergreifung Terrorverdächtiger ausgesetzt. Auf dem Weg zum Flughafen wird Kurnatz ohne erkennbaren Grund von pakistanischen Polizisten in Peshawar verhaftet und an die US-Armee verkauft. Weihnachten 2001. Kurnatz wird in das Gefangenenlager in Kandahar, Afghanistan ausgeflogen. Erstmals erfährt er den Grund seiner Verhaftung. Man wirft ihm vor, Mitglied der Al-Qaida zu sein. Februar 2002. Das US-Militär fliegt Murat Kurnatz nach Guantanamo Bay auf Kuba aus. Dort unterhalten die USA seit den Anschlägen vom 11. September ein Gefangenenlager, in dem Terrorverdächtige ohne Rechtsgrundlage inhaftiert werden. Kurnatz hofft zu diesem Zeitpunkt noch auf eine baldige Freilassung. Doch sein Martyrium voller Verhöre, Demütigungen und Folter wird fast fünf Jahre dauern, obwohl er fortwährend seine Unschuld beteuert. Mai 2002. Rabie Kurnatz, die Mutter von Murat, kämpft für die Freiheit ihres Sohnes und verpflichtet den Menschenrechtsanwalt Bernhard Docke. Gemeinsam wenden sie sich an die deutsche, türkische und amerikanische Regierung. September 2002. Vertreter des Bundesnachrichtendienstes und des Verfassungsschutzes befragen Kurnatz in Guantanamo. Obwohl seine deutschen Befragern und an seine Unschuld glauben und die USA das Angebot zur Entlassung machen, kommt Kurnatz nicht frei. Oktober 2004. Erst nach drei Jahren Gefangenschaft in Guantanamo darf der US-Anwalt Bachher Azmi seinen Mandanten Murat Kurnatz sprechen. Für Kurnatz ist es der erste Kontakt zur Außenwelt. 31. Januar 2005. US-Richterin Joyce Green vom District Court of Columbia verfügt in einem Urteil, dass die Inhaftierung von Guantanamo die Genfer Konvention und die US-Verfassung verletzten. Im Fall von Murat Kurnatz gäbe es keine Beweise, dass er Selbstmordattentate oder den bewaffneten Kampf gegen die USA geplant habe. Dennoch kommt Kurnatz nicht frei. 13. Januar 2006. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft US-Präsident George W. Bush. Merkel spricht den Fall Kurnatz an. In den Folgemonaten erörtern Deutsche und amerikanische Diplomaten eine Lösung. 24. August 2006. Murat Kurnatz ist frei. Er landet mit einer Sondermaschine im felsischen Rammstein. Doch selbst seine letzten Stunden in US-Gewahrsam verbringt er an Händen und Füßen gefesselt, angekettet, am Boden der US-Militärmaschine. Nach 1725 Tagen ist die Familie Kurnatz wieder vereint. Also, ich kenne Ihre Familie inzwischen auch ein bisschen. Also, die Eltern sind keine orthodoxen Muslime. Mutter sagt selber, ich bin eine moderne Frau, träge kein Kopftuch und die ist mit zwölf Jahren ihre Mutter nach Bremen gekommen, ist dort geblieben mit ihrem Mann zusammen. Und als Murat Sie dann anfing mit 18 Jahren zu sagen, also, Religion hat für mich einen anderen Wert, als Sie sich sehr dafür interessiert haben, was hat denn Mutter Rabi ihr dazu gesagt? Sie hat mir schon Fragen gestellt, wieso und weshalb, wieso ich jetzt einen Bart tragen würde. Ich habe sie erzählt und sie hat mich so respektiert, wie ich bin. Sie hat mich immer als meine Mutter unterstützt, was immer es auch sei. Sie wollte es natürlich wissen, wieso, wie ich dazu gekommen bin. Was war denn der Grund der Veränderung? Also, vorher Diskothek und danach regelmäßig in die Moschee gegangen. Was war der Grund? Zu meinen Zeiten, wo ich noch zur Diskothek gegangen bin, habe ich habe ich vieles erlebt. Ich habe viele Freunde aus meiner Kindheit. Ich habe sie verloren. Einige sind heute immer noch Drogenabhängig und einige sind abgeschoben worden zurück in die Türkei. Und ich habe mir immer Gedanken darüber gemacht, wieso es sein muss, wieso habe ich meine Freunde aus meiner Kindheit verloren. Und ich habe die Lösung im Islam gesehen, weil unser Glauben im Islam verbietet all das, was einem Menschen Böses antun könnte. Es war ja die Situation, um nochmal zurückzugehen, 2001, mit 19, Sie waren damals 19 Jahre alt, da hatten Sie vorher im Sommer in der Türkei geheiratet, ein 17-jähriges Mädchen, und Sie hatten eigentlich geplant, dass Ihre Frau dann im Dezember nach Bremen kommt zu Ihnen, und wollten dann vorher nochmal ein bisschen mehr über Ihre Religion erfahren und sind deshalb nach Pakistan gereist. Warum denn gerade nach Pakistan? Was war Ihr Plan? Ich wollte unbedingt meinen Glauben durch den Jamaat Tabligh kennenlernen, weil es gibt es eine große Gruppe, eine islamische Bewegung, sie nennen sich Jamaat Tabligh, die Art und Weise, wie sie Islam beibringen und wie sie selber studieren, es hat mich einfach persönlich hat es mich einfach bewundert. Also am 3. Oktober ging es los, drei Wochen nach den Anschlägen vom 11. September. Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht, dass das möglicherweise ein bisschen delikat sein kann, in diese Gegend zu fahren? wenige Wochen nach den Anschlägen auf das World Trade Center? Ich habe mir dabei keine Gefahr sehen können. Ich habe mir dabei nicht gedacht, dass es gefährlich sein könnte, weil damals gab es noch keinen Krieg zwischen Amerika und Afghanistan. Vielleicht sollten wir den Zuschauern noch mal erklären, die Religionsgemeinschaft, von der wir eben gesprochen haben, diese Missionsbewegung. Viele sagen ja, viele Religionswissenschaftler, das sei eine konservative, friedliche, muslimische Missionsbewegung, die Tabligi Al-Yamad. Teile des BND oder auch US-Amerikaner sagen, die hätten durchaus Verbindungen zu Terrornetzwerken. Wie haben Sie denn diese Religionsgemeinschaft, diese Missionsbewegung kennengelernt? Oder erfahren, als Sie dort waren? Sie sind sehr freundlich, Sie sind mit mir sehr freundlich umgegangen. Es sind ganz nette Menschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute irgendwas mit Terroristen zu tun haben. Oder auch, dass sie irgendwelche Terroristen unterstützen würden. Das könnte ich mir nicht vorstellen. Sie wollten ja schließlich nach Deutschland zurück. Das war der 1. Dezember und auf dem Weg dann zum Flughafen sind Sie gestopft worden. Sie waren in einem Bus und dieser Bus wurde kontrolliert angehalten. Es kam eine pakistanische Polizei zu Ihnen. Was ist da genau passiert in dem Moment, als Sie in dem Bus saßen und Sie wurden als einziger rausgeholt? Diese Kontrollen in Pakistan, die sind ganz normal, sie tun es überein. Die haben diesen Bus angehalten, um einfach rein zu gucken. Der Polizist, er hat mich als hellhäutiger bin ich ihm aufgefallen. Ich habe meinen Reisepass rausgeholt, habe es ihm vorgezeigt. Dann wollte er, dass ich rauskomme. Dann bin ich ausgestiegen aus diesem Bus. Sie haben mich in einem Polizeiregel geführt, wo sie mich später auch ausgefragt haben. Was haben die von Ihnen wissen wollen? Was haben die gesagt? Sie gehören zur Al-Qaida? Hat man Sie als Terrorist verdächtigt? Ich wurde nicht als Terrorist verdächtigt, sondern sie haben mich zuerst als für einen Journalisten gehalten aus Deutschland. Und sie haben mir Fragen gestellt, ob ich von der Polizei bin oder ob ich was mit den Amerikanern zu tun habe. Ich habe denen immer wieder erzählt, dass ich kein Journalist bin, auch kein Polizist und dass ich mit solchen Sachen nichts zu tun habe. Murat, circa 20 Tage in pakistanischer Haft gewesen. Es war eine Situation ganz in der Nähe zur Grenze zu Afghanistan und der Gebirgskette Tora Bora, die als Versteck für viele Al-Qaida Kämpfer galt. Die US-Regierung hat in der Zeit Kopfgelder ausgesetzt für Terrorverdächtige. Sie haben gesagt, wenn Terrorverdächtige ausgeliefert werden an amerikanische Soldaten, dann gibt es dafür 3.000 bis 5.000 Dollar. Wann wurde Ihnen klar, dass Sie an die Amerikaner verkauft wurden? Zuerst habe ich es nicht gewusst, dass ich an die Amerikaner verkauft worden bin. nur später auf Guantanamo auf einem Verhör da sagte mir ein amerikanischer Verhörer der mich ausgefragt hat, wie kam einfach das auf diesen Kopfgeld? Ich habe ihm gesagt, ich weiß ganz genau, er mich für 5.000 Dollar abgekauft hat. Er sagte mir, wir haben für dich nicht 5.000 bezahlt, es waren nur 3.000. Morat, von Pakistan ging es ja weiter kurz vor Weihnachten, nach Kandahar in Afghanistan. Wurden Sie ausgeflogen? Wie wurden Sie da von den Amerikanern behandelt? Auf Kandahar? Ja. Wir wurden fast tagtäglich geschlagen. Wir müssen nackt in der Kälte stehen oder sitzen. Wir wurden gefoltert in aller Art, alles was man sich vorstellen kann. Es gibt ein Foto vom Lager in Kandahar. Können Sie uns sagen, wo Sie inhaftiert waren? Ja, ich kann alles wieder erkennen. Ja? Ich habe alles noch ganz gut in Erinnerung. Die Kollegen des Stern haben uns dieses Bild zur Verfügung gestellt. Also dieses große Bunker, was man sehen kann, da wurde ich für ein paar Tage aufgehangen an den Ketten. An Ketten aufgehängt? Sie hingen in Ketten. Ich wurde von meinen Händen aus gefesselt. Da musste ich so hängen. Man wird alle paar Stunden umgehangen, damit man auch nicht stirbt und noch ausgefragt werden kann. Denn auf diese Position, wenn man mit den Händen von hinten gefesselt ist und aufgehangen wird, das kann einen Menschen nicht viel mehr aushalten als ein paar Stunden. Da kann man ganz schnell sterben. Woran in welcher körperlichen und seelischen Verfassung waren Sie in der Zeit in Kandahar? Ich bin körperlich bin ich schon fast an der Grenze gewesen. Ich bin kurz vorm Sterben gewesen. Ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass ich das alles überleben werde. Ich bin schon davon ganz fest ausgegangen, dass ich jede Zeit sterben kann. Ich bin viel Neues in Ohnmacht gefangen wegen diesem ganzen Schmerz und der Kälte. Mein Körper konnte es nicht mehr tragen. Ich hatte schon viel abgenommen, bin abgemagert gewesen, habe überall nur noch Schmerzen gespürt. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass ich es nicht überleben kann. Was haben die amerikanischen Soldaten zu Ihnen gesagt? Haben Sie Ihnen einen Grund gesagt, weshalb man sie so behandelt? Sie haben mir gesagt, dass ich mein Visum nach Pakistan gefälscht hätte und Kontakt hätte mit Mohamed Atta und auch ganz bestimmt wusste, wo Osama Bin Laden sich auffällt. Mohamed Atta den Zuschauern, das war der Pilot, der mit der Maschine als erster in den World Trade Center geflogen ist und hier in Hamburg früher zu Hause war in dieser Zelle in der Marienstraße 54, dass möglicherweise da ein Zusammenhang hergestellt wurde. Hat man Ihnen wirklich mal gesagt, Sie gehören dazu? Sie haben mir, die Amerikaner haben mir gesagt, dass wir zusammen in derselben Moschee gebetet haben, dass wir sehr gute Freunde gewesen sein sollen und ich alles über ihn wusste, auch über diese am 11. September diese Angriffe, dass ich davon auch schon Bescheid wusste. Haben Sie Mohamed Atta jemals vorher getroffen? Natürlich habe ich ihn nie getroffen, ich habe diesen Mann nie gekannt. außer aus den Medien wie jeder andere. Ich habe ihn das erste Mal im Fernseher gesehen, wo sie ein Bild von ihm gezeigt haben. Die Amerikaner wussten es auch. Ich weiß, es war nicht nur so, dass Sie angekettet wurden, es gab auch andere Foltermethoden in Kandahar. Was hat man Ihnen sonst noch alles zugefügt? Sie haben mich mit Elektroschockern. Sie haben mir Elektroschockern an die Füße gehalten, damit ich zugeben sollte. Und sie haben meinen Kopf im Wasser, unter Wasser getaucht und dabei auch zugeschlagen. sind Sie in eine Wanne geschubst worden oder hat man den Kopf runtergedrückt? Ich bin gefesselt gewesen. Ich musste stehen. Einer hat mich von meinen Haaren festgehalten und immer wieder ins Wasser getaucht. Sie wollten, dass ich unbedingt zugebe, dass ich von Al-Qaida bin. Dass sie mich dann auch in Ruhe lassen werden. Sie haben mir gesagt, ich sollte zugeben, dass ich von Al-Qaida bin, dass sie mich dann auch in Ruhe lassen würden. Ich habe denen erzählt, dass ich nicht lügen werde. Ich bin nicht von Al-Qaida und ich werde sowas auch nicht sagen. Sie haben mir immer wieder zugeschlagen. Jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich bin nicht von Al-Qaida, sie haben immer wieder zugeschlagen und von neu auf gefragt, bist du von Al-Qaida? Sie haben mir vielmals Papiere mitgebracht und mich gezwungen, dass ich es unterschreiben sollte. Und wenn nicht, haben sie immer wieder zugeschrieben. Nur, ich habe nie gesagt, dass ich von Al-Qaida bin. Habe auch nie sowas unterschrieben. Ihnen gedroht sie zu erschießen? Das haben sie auch. Ich bin in der Kälte gewesen. Ich konnte schon meine Hände und Füße nicht mehr spüren. Die sind schon total ausgeschwungen gewesen. Die sind angeschwungen gewesen. Und dann bedrohte mich einer von ihnen mit der Waffe. Die hielten einen Pump an meinem Kopf. Er sagt mir, dass er mich erschießen würde. Ich habe gelacht. Und alle anderen Gefangene, sie haben auch gelacht. Es war einfach. Ich bin schon fast tot gewesen. Ich musste, falls er mich erschießen würde, wäre es für mich einfach viel einfacher. Es wäre einfach für mich fertig. Müsste ich diesen ganzen Schmerz nicht mehr fühlen. Gleich am Anfang ihrer Gefangenschaft in Kandahar sagen Sie, Murat, hätten Sie eine Begegnung mit deutschen Soldaten gehabt. Können Sie uns erzählen, was da passiert ist? Ich musste an diesen Maschendraht zaunen. Ich sollte dahinter stehen. Dann kamen zwei andere Soldaten mit einem anderen Uniform, was sich unterscheidet von den Uniformen aus. Der Amerikaner. Amerikaner. Dann habe ich sie mir näher angeguckt. Ich habe ihre deutsche Flagge sehen können. Auf der Uniform? Auf der Uniform. Haben die deutsch gesprochen? Sie haben mir auf deutsch gesagt, dass ich mir die falsche Seite ausgesucht habe und auf dem Boden gucken sollte. Haben Sie perfektes deutsch gesprochen, Morat? Ja, Sie haben perfekt deutsch gesprochen. Ich habe keine Zweifel, dass es Deutsche gewesen sind. Was haben Sie da mit Ihnen gemacht? Wo Sie mich aufgerufen haben, Zero Five Three. Das waren die Amerikaner. Sie haben auch mit den Fingern auf mich gezeigt, dass ich der German Geil bin. Sie haben mich den Deutschen vorgeführt. Dann durfte ich wieder zurück. Ein paar Minuten später haben sie mich nochmal aufgerufen. Ich sollte mich fertig machen fürs Escort Team. Escort Team sind diejenigen, die uns fesseln und mitnehmen zum Verheer oder wo auch immer. Ich musste mich auf meinen Bauch legen, Hände auf dem Rücken. Dann kamen sie rein, haben mich gefesselt und sie haben mich hinter einem LKW gebracht, hinter einem Militär LKW. Sie haben mich auf mein Gesicht fallen lassen. Da kam einer von den Deutschen. Die Amerikaner sind zurückgetreten. Da kam einer von den deutschen Soldaten. Hat mich an den Haaren festgehalten und meinen Kopf hochgezogen. Er hat mich gefragt, weißt du, wer wir sind? Hat er sich vorgestellt? Er hat mir nicht gesagt, wie er heißt oder wer er ist. Aber zu welcher Truppe er gehört? Er hat mich gefragt, weißt du, wer wir sind? Bevor ich ihm noch antworten konnte, hat er mir gesagt, wir sind das deutsche Kraft, KSK. dann hat er mein Kopf wieder auf den Boden geschlagen. fanden die das fanden alle so lustig. Sie haben alle zusammen gelacht, die Amerikaner und diese beiden Soldaten. Dann haben sie mich noch getreten. Ich weiß nicht, welcher von den beiden mich getreten hat, aber sie haben mich auch getreten und später brachten mich die Amerikaner zurück zu den anderen gefangen. Würden sie die Männer heute noch identifizieren können? Ganz bestimmt. Was haben die ihnen gesagt? Haben die gesagt, wir sind hier, um ihre Argumente zu hören? Sie haben mir keine Fragen gestellt? Keine Fragen? Es war keine Befragung. Sie wollten, ich gehe davon aus, dass sie einfach Spaß haben wollten. Moritz, sind dann am 2. Februar ausgeflogen worden. Sie wussten nicht, wo es hingeht. 20-stündiger Flug unter schrecklichen Bedingungen. Sie hatten keine Ahnung, dass es nach Guantanamo geht. Sie glaubten eher, weil auch ein paar türkische Kollegen dabei waren, ein paar Freunde, die sie dort getroffen haben, dass es jetzt in die Türkei geht, dass sie ausgeflogen werden. Dann dieser wahnsinnig lange Flug unter schrecklichen Bedingungen. Was passierte, als sie dann in Guantanamo ankamen? Was hat man mit ihnen gemacht? Wir müssen in einem Bus einsteigen aus dem Flugzeug und wir wurden unterwegs viel geschlagen und getreten. Dann mussten wir aussteigen und dann mussten wir vor mehr Stunden auf dem Boden im Schneidersitz sitzen. Dann kamen zwei Soldaten, die uns mitgenommen haben. Sie nahmen mir die Augenmasken ab. Da habe ich mich selbst vor einem Käfig gesehen. Damals waren auch Käfige, die im Freien standen. Das war das erste Camp, das hieß Camp X-Ray. Wie schwer war das da auszuhalten? Ich meine diese Hitze auf Guantanamo, die Wächter. Wie sah der Alltag aus in diesen Käfigen? Also wo ich zur ersten Zeit, wo sie mich eingesperrt haben in diesen Käfig, den X-Ray, da habe ich versucht, meinen Nachbarn, ich wollte wissen, wie lange sie schon da sind. Weil es ist nicht auszuhalten gewesen, dieser kleinen Käfig. Da gab es keine Toiletten, kein Waschbecken, kein Garnichts. Es ist nur ein ganz kleiner Käfig gewesen. Ich habe gedacht, es ist nur fürs Umziehen gedacht. Sie nicht geglaubt, dass sie dort länger bleiben müssen. dachte, dass ich mich dort umziehen muss und dass es dann zu einem Gefängnis gehen wird. Ich habe nachgefragt, wie lange meine Nachbarn schon da sind. Er sprach nicht dieselbe Sprache, er konnte auch absolut kein Englisch. Er hat mir mit den Fingern gezeigt, 20. Ich dachte, 20 Stunden waren für mich viel Zeit. Ich habe mich gewundert, wie man 20 Stunden in solch einem Käfig aushalten kann. Nachdem 20 Stunden vorbei gewesen sind, ich habe ihn noch mal gefragt, wie lange man da bleiben muss. Er sagte, dann habe ich festgestellt, dass es nicht 20 Stunden gewesen sind, sondern dass er 20 Tage meint sie. Es war ja so eine Strafmaßnahme, man sieht das auch in Road to Guantanamo in dem Film, dass die Gefangenen ständig verlegt wurden. Haben Sie das auch so erfahren? Hat man auch sie immer wieder rausgeholt woanders hingebracht? Ja, ich wurde eine Zeit lang alle zwei Stunden verlegt und darf absolut nicht schlafen, falls man auch in diesen zwei Stunden in seinem neuen Käfig einschläft oder versucht zu schlafen. Da wissen die Wächter schon Bescheid, die passen auf, dass man nicht schlafen geht oder nicht einschläft. Wenn man einschläft und sie es nicht schaffen dich aufzurecken, dann kommt diese Truppe und sie sind einsatzbereit zu jeder Zeit. Sie brauchen nur höchstens eine Minute, dass sie da sind. Dann sprühen sie mit Pfeffer Gas Pfefferspray Pfefferspray Dann sprühen sie mit Pfefferspray und sie stürmen rein springen auf dich und schlagen zu schlagen und treten zu man wird gefesselt dann kommen wir raus. Wie lange haben sie das ausgehalten diesem Psychoterror zum einen immer wieder aufgeweckt zu werden nicht schlafen zu können zum anderen natürlich auch von dieser Truppe von dieser Einsatz Truppe dann so misshandelt zu werden es hat mehrere Wochen gedauert mit diesen zwei Stunden Belegung hat es mehrere Wochen gedauert es ging ab und zu immer wieder zum Verhör und der Verhörer er hat mir immer wieder ein Angebot gemacht sollte ich irgendwas zugeben was sie gerne hören möchten dass es dann auch ein Ende haben würde wo haben sie die Kraft gehabt da standhaft zu bleiben und nichts zu unterschreiben und nichts zu zu geben ich habe Vertrauen an meinen Gott ich habe ihn immer wieder gebeten dass er mir Geduld gibt und körperlich auch geistige Kraft gibt um so was ausstehen zu können denn ich wusste ganz genau sollte ich sowas zugeben sollte ich sowas sagen würde ich ganz bestimmt nie wieder zurück nach Hause kommen können das ist mir klar gewesen Sie hatten ja auch eine Gelegenheit nach Hause zu schreiben das Rote Kreuz da gibt es ein kleines Dokument Murat einen Brief nach Hause nach Bremen Himmeling auf Deutsch geschrieben an die Familie was mich wundert Murat Sie beschweren sich in diesem kleinen Brief überhaupt nicht das ist vom 14. Mai 2002 ist es dann zugestellt worden das heißt am 1. oder 2. Februar sind Sie dort angekommen in der Zeit also Mai kam dann diese kurze Notiz zu Hause bei Ihrer Mutter Rabbi und bei ihrem Vater Metin an Sie sagen noch immer es geht mir gut ich hoffe dass ich aus der Untersuchungshaft rauskomme dass bald alles vorbei ist bestellt allen die ich liebe nette Grüße besonders meinen Brüdern und allen anderen auch ihr braucht euch keine Sorgen zu machen es geht mir gut und ich hoffe es geht euch ebenso Inschallah ganz genau in diesem Brief habe ich nicht erwähnt wie es mir wirklich ging weil ich durfte es auch nicht ich habe vor diesem Brief schon viele andere Briefe versucht loszuschicken ich habe viele Karten geschrieben die Karten wurden nicht losgeschickt ich wurde immer wieder zum Verhör genommen wegen der Karte was ich geschrieben habe die sagten dass diese Karte nicht durchkommt und dass es einfach nicht gut ist dass ich sowas nicht schreiben darf ich wurde wegen dieser Karte oder des Briefes geschlagen und sie sagten mir falls ich möchte dass meine Familie Bescheid weiß wo ich bin müsste dieser Brief halt ganz anders aussehen Sie sind auch dort in Isolationshaft geschickt worden wie sah die Haft die Einzelhaft auf Guantanamo aus es ist einfach alles isoliert man kann nichts hören man kann nichts sehen es hat eine sehr starke Lüftung was eiskalt eingestellt werden kann oder auch sehr heiß Sie nennen es auch Kälte Wärmeschock Drei Monate Isolationshaft Es waren über drei Monate Wie hat Ihr Körper das ausgehalten Ich bin immer wieder kurz vor dem sterben gewesen sollte man mich damals gefragt haben Ich bin kurz vor dem Tod gewesen Ich habe zwar noch geatmet aber sonst bin ich fast gar nicht mehr da gewesen Es gab ja auch Protest Es gab 2005 und 2006 Hungerstreiks in Guantanamo von vielen vielen Häftlingen Haben Sie an diesen Hungerstreiks mit teilgenommen? Ich habe dreimal Hungerstreiks mitgemacht Sind Sie zwangsernährt worden? Das bin ich auch Wie läuft das ab? Es ist so gewesen dass Sie haben spezielle Stühle hergestellt aus Plastik Man wird auf diese Plastikstühle gefesselt von den Armen und Füßen und von allen Gelenken wird man gefesselt Da gibt es solch eine spezielle Sitzform dass man es auch nicht länger aushalten kann Für längere Zeiten ist es unmöglich auszuhalten Es ist sehr schmerzhaft Dann kommen Sie mit Plastik Dann sind Sie mit Plastikräumen angekommen haben Sie haben diese Plastikröhre durch meine Nase eingestopft in meine Nase gestopft Sie haben große Röhre benutzt damit es auch mehr schmerzt Dann ging es nicht mit der Sphangen Ernährung weil sich diese Röhre mit Blut gefüllt haben Sie haben es immer wieder von neu versucht so ging das den ganzen Tag Das ist die brutale Seite von Guantanamo Ich würde noch ganz gerne mal mit Ihnen ein bisschen zeitlich zurück gehen 23. 24. September 2002 sind Sie zwei Tage von Vertretern des Bundesnachrichtendienstes und des Bundesverfassungsschutzes in Guantanamo verhört worden Wie haben die Männer sich Ihnen gegenüber vorgestellt Sie haben sich absolut gar nicht vorgestellt Sie kam einfach rein Sie haben mich nicht mal begrüßt Sie sagten mir nur dass Sie aus Deutschland sind und dass Sie auch ganz viele Fragen mit dabei haben Sie wurden verhört von Ihnen Ich wurde von den drei verhört Sie sagten mir nur dass sollte ich die Wahrheit erzählen dass es sich positiv auswirken wird für mich selbst Wie haben die sich verhalten Ihnen gegenüber Sie haben mir halt all die selten Fragen gestellt was die Amerikaner nämlich schon ausgefragt haben und mehr Sie haben Sie haben alles wissen von aus meiner Kindheit bis bis zu meiner Reise Sie wollten einfach alles wissen und haben Sie ein Angebot gemacht der Zusammenarbeit oder haben die angedeutet wir haben eine Chance Sie hier raus zu holen Sie waren jetzt September waren also schon sieben Monate in Guantanamo zu dem Zeitpunkt haben Sie irgendwie ein Angebot zur Zusammenarbeit gemacht Sie haben mir ein Angebot gemacht dass ich mit Ihnen zusammen arbeiten könnte in Deutschland und Sie haben mir gesagt dass ich zwischen speziellen Leute ganz gut unauffällig beobachten sollte beobachten beobachten also Sie als V-Mann wollte man sie anstellen dass ich mich mit speziellen Leuten unterhalte und von dieser Unterhaltung dann halt alles denen erzählen könnte wie haben Sie auf dieses Angebot reagiert das die drei Herren ihn gemacht haben ich würde sowas nie tun aber ich habe denen gesagt dass ich dass ich bereit gewesen bin dass ich bereit wäre sowas zu tun ich habe es nur gesagt damit ich wieder zurück nach Deutschland kann ich würde nie mit denen zusammen arbeiten was haben die denn zum schluss gesagt als sie sich verabschiedet haben sie freuten sich sehr mit dieser mit diesem Angebot mit dieser Zusammenarbeit das ist sie haben gesagt dass es eine sehr gute Entscheidung wäre und dass es sich auch positiv auswirken wird haben die irgendwas auch so vermittelt von dem eindruck vielleicht dass sie sagten ja wir wissen dass sie eigentlich hier dass sie nichts auf dem kerbholz haben dass sie nichts verbrochen haben haben die irgendwas dazu gesagt sie haben mir erzählt dass ich auf einem amerikanischen stützpunkt bin und das ist mir sowieso klar gewesen dass ich auf einem amerikanischen stützpunkt bin aber sie meinten damit dass sie halt nichts in der hand haben was sie für mich einsetzen könnten dass alles sie haben gesagt alles liegt alles ist ab zu den amerikanern ob ich freikomme oder nicht aber dass sie mir helfen könnten oder wollten davon war nie die rede wir haben später noch gelegenheit in grösser runde über diese situation zu sprechen warum es in 2002 nicht zu ihrer freilassung kam weshalb sie noch weitere vier jahre in guantanamo verbrachten oder verbringen mussten wurden sie später in den jahren danach noch einmal von einem deutschen befragt er kam das zweite mal es war derselbe der mit den der zum ersten mal kam mit den anderen zwei ja ein deutscher ein deutscher sprach perfekt deutsch er hat perfekt deutsch gesprochen sah auch wie ein deutscher aus ja und hat sich auch als ein deutscher vorgestellt ja er kam alleine er kam alleine aber ich habe seinen Ausweis nicht gesehen ich kann er hat sich als ein deutscher vorgestellt das war so circa morat 2004 oder das circa 2004 gewesen was wollte er er brachte ganz viele fotos mit wozu ich mich äußern sollte ob ich Leute an diesen Fotos erkenne oder nicht und was ich noch denke an diese Zusammenarbeit haben sie Menschen erkannt auf den Fotos das habe ich es waren zum teil meine arbeitskollegen es waren zum teil leute leute die aus der moschee kannte aus der bremer moschee oder freunde aus meiner schulzeit da waren ganz unterschiedliche fotos was hat denn der man ihnen dann erzählt also war der gesagt mensch jetzt ja besteht doch noch eine chance dass sie rauskommen hier oder war das überhaupt nicht thema er hat mir nicht gesagt dass es eine chance gibt wieder dass ich da irgendwie rauskommen kann er hat er ist davon überzeugt gewesen dass es mir gut geht er sagte dass ich auf einer karibischen insel bin und mich entspannen soll mir war schon klar dass er sich lustig machte über mich das ist mir schon klar gewesen hat er sich ihnen gegenüber vorgestellt er hat sich nicht vorgestellt er sagt immer dass er aus deutschland ist und halt fragen mit hat sie wissen ganz genau es war einer von den dreien die zwei jahre zuvor einer von den drei gewesen zu seinem ersten besuch da hat er mir nur wenige fragen gestellt es waren mehr die anderen zwei die mich ausgefragt haben und das zweite mal wo ich einen besuch gehabt habe aus deutschland ist es nur er gewesen und er stellte die ganzen fragen halt wir können vielleicht dieses zweite gespräch diese neue befragung 2004 gleich noch mal eine größere runde besprechen da gibt sicherlich noch ganz andere meinungen zu ich weiß dass ihre mutter sehr sehr glücklich war als sie wieder sah als sie nach rammstein geflogen wurden und sie sehen konnte dass sie körperlich einigermaßen okay waren ich weiß sie hatten der schwierigkeiten wirklich richtig zu gehen große schritte zu machen wieder und all das ich würde ganz gerne ihre mutter dazu holen an den tisch rabie ihre mutter die sich so fabelhaft eingesetzt hat in den letzten fünf jahren für sie sie ist diejenige gewesen die gesagt hat ich kriege meinen sohn daraus sie hat briefe geschrieben an den amerikanischen präsidenten an joska fischer an den türkischen außenminister sie war diejenige die das ganz beherzt in die hand genommen hat deshalb prabier herzlich willkommen kommen sie einfach dazu zu uns schön guten abend schön dass sie da sind freut mich sehr ich auch sehr ich habe auch Wasser für sie so morat ihm gieß ich noch ein bisschen was nach rabie sie haben das jetzt zum ersten mal glaube ich in aller ausführlichkeit gehört was ihrem sohn da zugeführt wurde und zugemutet wurde in all den jahren die er nicht zu hause war hat sie das jetzt sehr schockiert ich muss ehrlich sein ich wollte nicht alles mit anhören ich habe mich einfach ins zimmer gezogen habe ich mich da ein bisschen hingelegt sie wollten nicht hören was moat eben gesagt ich möchte seine geschichte nicht wissen rabi wie ist das jetzt sie haben ihren sohn wieder wie waren die ersten stunden die ersten tage ich muss ehrlich sein als ich ihn gesehen habe habe ich ihn nicht wie früher habe ich ihn schon im arm geschlossen aber er war ein bisschen zurückhaltend wie ich gemerkt habe er war nicht ganz wie früher ich kann ihn auch verstehen und er jahrelang ich mache ihm keine vorwürfe darauf habe ich gesagt rabi du brauchst noch viel zeit und du brauchst viel kraft noch zurück zu gewinnen wie war das für sie die familie nach fünf jahren nach knapp fünf jahren wieder zu sehen also mutter die so toll für sie gekämpft hat ich bin allein das gefühl wieder frei zu sein es ist unbeschreiblich und dann noch die familie wieder in den arm schließen zu können das ist das kann man nicht mit Worten beschreiben das ist unmöglich es ist einfach es ist einfach das beste gewesen was mir auf dieser Welt geschehen konnte was ich eben so zeigte dieser Brief vom roten kreuz das war schon zu zeiten guantanamos also 14 mal war das so das erste lebenszeichen schriftlicher art von morat ja ich habe gleich geguckt ob das seine schrift ist habe ich gleich gekannt habe ich habe auch die mit dem anderen seine hausaufgabe habe ich verglichen mit anderen schriften habe ich gesagt das ist seine schrift und ich habe ihn sofort gekannt natürlich habe ich mich sehr gefreut dass er am leben ist aber ich machte mir gleich sorgen wie er überhaupt leben sollte dort ja Frau Kurnatz Sie sind Hausfrau Sie haben sich immer um die Kinder gekümmert das war Ihre persönliche Entscheidung wo haben Sie die Kraft hergenommen sich da so für Ihren Sohn ein zu setzen die Kraft habe ich mir selbst gegeben echt jetzt ich habe gesagt ich habe die Kinder geboren ich muss die Kinder auch groß ziehen und ich muss meine Kinder hinterher laufen ich muss für meine Kinder kämpfen das kann ich nicht also ohne kämpfen lasse ich meine Kinder niemals Frau Kurnatz haben Sie immer den Glauben gehabt mein Sohn lebt ich kriege ihn zurück ja wissen Sie ich habe nur an meinem Herzen gehört ich habe gesagt er lebt er wird irgendwann wieder zurück kommen habe ich mir immer gedacht haben Sie zwischendurch auch mal so geflucht und geschimpft wie konnte er sich nur da zu dieser Zeit nach Pakistan hin bewegen natürlich anfangen an war ich sehr wütend und ich habe gesagt wieso den falschen Ort er wollte immer anfangen an nach Hatsch gehen wo er 17 war habe ich gesagt du bist so jung und du kannst noch viele dein Leben viele viele machen du sollst reif genug sein du musst alt genug sein habe ich gesagt du sollst im Moment noch nicht Hatsch machen aber er hatte sich das im Kopf gesetzt damals wollte er unbedingt hin weil seine Freunde ist auch nach Hatsch gegangen ist damals und ich habe gesagt lass dir mal Zeit Morat du bist nicht alt genug aber er wollte immer seine Religion kennenlernen an das Zuhause ich habe nie irgendetwas von meiner Mutter gehört bis auf meinen ersten Besuch von meinem Anwalt ich durfte ich habe nie Besuch gehabt ich habe nie Telefongespräche führen können und jahrelang habe ich auch nie einen Brief bekommen oder einen Brief schreiben können aber Sie haben doch Briefe geschrieben an Morat ja ich habe insgesamt vier oder fünf Briefe aber wissen Sie Herr Beckmann als unser deutscher Anwalt zu mir gesagt hat Frau Kuner Sie sollten endlich mal Briefe schreiben an Ihrem Sohn ich habe immer gesagt Herr Döcke das kommt von mir nicht ans Herzen dass ich ihm einen Brief schreibe er sagte zu mir wieso nicht ich habe gesagt wenn ich ihm jetzt Briefe schreibe die misshandeln die Briefe ich habe solche Gefühle habe ich zu ihm gesagt er hat gesagt weiß ich nicht ich habe gesagt nein ich weiß es aber ich möchte das nicht machen und ich möchte dann Murat kein weiches Herz machen und damit er stark bleibt ich wollte ihm gar nicht schreiben und Fotos und so mit dem Brief war ich sowieso nie einverstanden ich wusste ganz genau wie die Soldaten mit Brief und Fotos umgehen also ich hatte so schlechtes Gewissen dabei gehabt deshalb wollte ich ihm ich habe ihm schon mal geschrieben aber ungern er sollte mal wissen habe ich gedacht dass wir für ihn da sind und dass ich für ihn kämpfe habe ich gesagt ich soll mal doch noch paar Briefe schreiben aber ich habe wirklich ungern geschrieben wir wollen jetzt gleich mal weiter reden was was alles unternommen wurde um Murat aus der Gefangenschaft raus zu kriegen wollen unsere Runde ein bisschen erweitern nicht nur das persönliche Schicksal von Murat Kurnatz sorgt in den letzten Jahren für Schlagzeilen auch die Rolle der Geheimdienste und der Regierung geriet immer wieder in die Kritik wer fühlte sich überhaupt zuständig für den in Deutschland geborenen Türken Murat Kurnatz was wurde unternommen schon freikommen können eine Frage die viele beschäftigt und ich freue mich dass wir eine Runde haben die das möglicherweise ganz profund erörtern kann ich freue mich dass Siegfried Kauder da ist Herr herzlich willkommen Vorsitzender des BND Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag der den Fall Kurnatz jetzt bald untersuchen wird Bernard Docke ist da der Rechtsanwalt der sich sehr engagiert hat der Rechtsanwalt von Murat Kurnatz und herzlich darüber gesprochen über die Nachrichtendienste der angespannten Situation 2002 also wenige Wochen wenige Monate nach dem 11.9. was hat die möglicherweise dazu veranlasst ihn zu verdächtigen also wenn wir heute drauf blicken muss man sagen man ist fassungslos 2006 erscheint das was er erlebt hat unvorstellbar es war 2002 ein bisschen eine andere Situation 2002 der Anschlag lag wenige Monate zurück und die die in den Sicherheitsbehörden waren gingen so sagen sie jedenfalls nicht davon aus dass Guantanamo Bestand haben würde sondern irgendeine relativ kurzfristige Lösung angeblich würde sich danach etwas anderes ergeben und in dieser Situation schickte man dann zwei Beamte BND und einen des Bundesamtes für Verfassungsschutz nach Guantanamo weil man ventilieren wollte so jedenfalls steht es in den Unterlagen ob es in Bremen eine Zelle gab ob es eine Verbindung zu der Hamburger Zelle der Todespiloten gab also aus Sicht der Sicherheitsbehörden die Frage gibt es was zu schützen und er kann uns dabei möglicherweise helfen das komische aber war dass doch zu dem Zeitpunkt 2002 schon relativ schnell klar war er gehört gar nicht zu dem Kreis dazu ich meine Sie haben es eben angesprochen es ist ja in vielen Magazinen auch schon nachzulesen gewesen da heißt es im Protokoll der beiden Bundesnachrichtendienstler Morat die Sie befragt haben es ist nach Analyse der Befragungsergebnisse davon auszugehen dass Kornats aufgrund seiner ausgeprägten Naivität unreife in die jetzige Situation hineingeschlittert ist beziehungsweise zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war und dann heißt es weiter die Bitte des Leiters der Befrager an die US-Seite also an die Amerikaner Kornats möglichst bald freizulassen um ihn eventuell in Deutschland nutzen zu können darüber haben wir eben gesprochen zusammen wurde offensichtlich positiv aufgenommen noch am letzten Tag wurde mitgeteilt dass die Vorentscheidung gefallen sei Kornats bis November reden über 2002 nach Deutschland zurückzubringen und dann gibt es noch eine interessante Formulierung das ist die Stellungnahme sozusagen das Ergebnis mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit besitzt Kornats bei einer Freilassung kein Gefährdungspotenzial hinsichtlich deutscher amerikanischer und israelischer Sicherheitsinteressen Herr Kauder Mensch nach dieser Beurteilung warum musste denn Morat Kornats noch weitere vier Jahre in Guantanamo sitzen wenn ich es wüsste würde ich es Ihnen auch beantworten ich habe von Ihnen jetzt Zitate gehört die ich als Ausschussvorsitzender so nicht kenne was aber auch nicht verwunderlich ist wir haben vom Deutschen Bundestag einen Untersuchungsauftrag bekommen den wir in Komplexen abarbeiten im Augenblick das wird noch bis zum Jahresende dauern erkunden wir den Komplex El Masri in dieser Woche sind weitere Beweisanträge eingegangen denen wir nachzugehen haben und ich bitte im Verständnis ich bin nicht Vorsitzender eines Gerichts ich bin kein Staatsanwal kein Polizeibeamter ich bin als Vorsitzender eines Untersuchungsaufschusses auf das angewiesen was insbesondere die Oppositionsfraktionen mir als Futter durch Beweisanträge liefern Herr Leindecker Sie kennen die Zitate die sind bekannt die sind im Umlauf das ist jetzt nichts Exklusives was ich hier verlesen habe wie ist denn das zu deuten warum haben damals in der Runde im Bundeskanzleramt die Menschen beschlossen wir wollen Konerts nicht also diese Zitate zeigen dass 2002 schon einigen Leuten klar war dass er nichts mit dem zu tun hat und bis angeblich festgenommen worden war vielleicht ging es ja auch nur um Kopfgeld bei der ganzen Geschichte aber als die drei dann zurückkamen von der Insel und ihr Ergebnis vortrugen insbesondere die Idee ihn jetzt als V-Mann einzusetzen da hat man der sogenannten Präsidenten Lage gesagt da sind die Präsidenten der Sicherheitsbehörden beisammen Nein das wollen wir nicht das ist ein zu großes Risiko und man hat gesagt wir haben aber doch Hinweise dass der möglicherweise doch ganz andere Verbindungen hat und jetzt diese eine Vernehmung reicht die wirklich aus um das andere Bild zu machen und überdies dann kam ein ganz wesentliches Argument ist er zwar in Deutschland aufgewachsen aber er ist Türke was haben wir eigentlich damit zu tun sollen die Türken versuchen dieses zu lösen ich glaube ungefähr in dieser Gemengelage befinden wir in 2002 ja aber das ist doch eher so eine konsularische Frage er ist in Bremen aufgewachsen und hat einen türkischen Pass aber gehört hier zur deutschen Gemeinschaft doch dazu sagen wir und zu recht wollen wir noch mal diese Sitzung darstellen also BND Chef August Hanning war da Geheimdienst Koordinator Ernst Urla nehme an und dann der Kanzleramtsminister und heutiger Außenminister Frank-Walter Steinmeier die haben das beschlossen die haben beisammengesessen und sind auch Staatssekretäre dabei immer in der Präsidentenlage die Tag immer dienstags und dann hat man gesagt nein es gab auch Auflagen der Amerikaner die Amerikaner haben nicht nur gesagt nehmt den mal als V-Mann sondern die Amerikaner haben damit auch Auflagen verbunden dass er überwacht werden müsste und so weiter Dinge die zum Teil recht kompliziert waren nur wenn wir heute drauf blicken ist hier die Frage hätte man diesen Mann nicht 2002 rausholen können egal ob unter einem Vorwand oder wie und da sagen diejenigen die damit zu tun haben das sind keine verantwortungslosen Gesellen das muss man sagen wir hatten einfach eine andere Situation aus unserer Sicht wir haben so gehandelt ich sage nur sie haben falsch gehandelt und dieses Eingeständnis zumindest müsste in diesen Tagen mal rüberkommen eine Frage was jetzt vorgetragen haben als Motivation sind das Spekulationen der Presse oder sind es Fakten die sie auch untermauern können das sind Fakten aus welchen Unterlagen haben sie die denn wenn ich das wissen darf wir beide kennen die Unterlagen ich darf sie kennen aber wir wollen doch jetzt nicht eine Frage darüber ob welche Unterlagen klassifiziert sind und welche Unterlagen zur Aufklärung von Sachverhalten wir haben hier ein 24 ich frage das schon aus gutem Grund ich habe in dem Falle Sankornat so den gewissen Verdacht dass der Journalismus glaubt die Politik treiben zu müssen denn vieles was in den Gazetten auftaucht hat der Kornat und ich habe heute seine Aussage sehr minutiös verfolgt so gar nicht gesagt also ich glaube nicht dass die Journalisten die Politiker treiben es wäre gut wenn die Politiker selbst an Aufklärung interessiert wären ich glaube was der Journalismus im Moment im Fall Kornat versucht ist ein Stück auch was der Journalismus zum Teil versäumt hat in der Vergangenheit nämlich dieses Unrecht was hier passiert ist aufzuklären zu fragen wer ist für dieses Unrecht eigentlich verantwortlich und wer hätte zu welchem Zeitpunkt was machen können und wenn man das alles sieht als eine Versammlung von Pech und Unglück und was zusammengekommen ist wer geht heute hin und entschuldigt sich bei diesem Mann das sind einige der Fragen die ich im Journalismus habe hat es eine Geste gegeben irgendwie ein Zeichen jetzt Herr Docke von der Bundesregierung oder von anderen Politikern die vorher dafür zuständig waren von Seiten der Bundesregierung hat es keine Geste gegeben es hat eine Geste gegeben vom Bremer Bürgermeister Jens Börnsen der Herrn Kornats besucht und in Bremen wieder willkommen geheißen hat als ich diesen ich hatte auch Gelegenheit in diesen Bericht hineinzuschauen mich hat als ich das gelesen habe das Entsetzen und die kalte Wut gepackt ich habe mich über Jahre darüber aufgeregt und das auch öffentlich kritisiert dass aus meiner Sicht die Bundesregierung öffentlich viel zu wenig für Herrn Kornats gemacht hat immer wieder hat man sich hinter dem türkischen Pass versteckt und gesagt wir können gar nicht richtig uns in die Hände gebunden die Amerikaner lassen uns über diese Sache gar nicht richtig diskutieren die akzeptieren uns nicht als Verhandlungspartner und nun muss ich in diesen Regierungsberichten lesen dass es enge Kooperationen gab bereits 2002 dass sich 2002 offensichtlich beide Seiten schon darüber einig waren dass es keinen begründeten Tatverdacht gegen Herrn Kornats gibt und dass es dann dieses Freilassungsangebot gab was fahrlässig nicht wahrgenommen wurde eine schwere historische Verantwortung liegt hier auf der alten Regierung ich glaube es ist ein Unding dass diese Chance Herrn Kornats schon vor vier Jahren aus Guantanamo herauszuholen nicht wahrgenommen worden ist Die USA hatte ja 2002 die gleiche Einschätzung wenn ich nochmal Herr Kauder zitieren darf und auch wir Journalisten möchte es nochmal bestätigen haben da wirklich Sie haben das ja eben gehört was dieser Mann erlitten hat in der Zeit glaube ich dann das Recht hier zur Aufklärung beizutragen und es gibt Quellen die sind geschützt aber diese liegen überall vor ich zitiere gerne nochmal draus Entscheidung der Bundesregierung wonach Murat Kornats nicht nach Deutschland abgeschoben werden soll stößt bei US-Seite auf Unverständnis Freilassung sei wegen seiner nicht feststellbaren Schuld sowie als Zeichen der guten Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden geplant gewesen warum wenn die US-Seite es wirklich wollte nochmal warum wurde dieses Angebot abgelehnt was glauben Sie also ich bin kein Kaffeesatzleser ich halte mich gerne an Fakten und so ein Erweiterungsauftrag des Deutschen Bundestages an den Untersuchungsausschuss kommt werden wir dieser Frage sicherlich mit der notwendigen Akribie aber auch mit der notwendigen zeitlichen Gelassenheit nachgehen es ist ja kein Fall mehr der dringend von heute auf morgen aufgeklärt werden muss und ich habe mich mit den Ausschussmitgliedern geeinigt dass wir unsere Untersuchungsaufträge in Komplexen arbeiten was sicherlich auch Komplexen aufarbeiten was sicherlich auch sinnvoll ist und ich kann Ihnen und Herrn Kurnatz nur sagen dass wir vor Jahresende sicherlich nicht mehr dazu kommen werden das liegt am parlamentarischen Ablauf Sie werden es wissen dass die Oppositionsfraktion einen neuen Auftrag an den Untersuchungsausschuss vergeben wollten nämlich den der Journalistenbespitzelung seit Mai kündigt man diesen Erweiterungsantrag an bis heute habe ich ihn noch nicht auf dem Tisch ich bin aber auf Anträge angewiesen ich kann nicht von Amts wegen ermitteln ich habe nicht die Funktion und die Kompetenzen eines Richters und das macht das alles ein bisschen schwerfälliger als mancher Außenstehende sich das vorstellt Rabi, wenn Sie das jetzt hören dass da eine Chance vertan wurde Herr Leyendecker hat das ja eben nochmal erläutert das ärgert mich so sehr obwohl ich mich damals sehr anstrengend habe und sehr zerrissen habe ich müsste hin und her ich müsste schreiben aus türkischen und deutschen Regierungen auch die Deutschen und Amerikaner damals haben die gesagt nein, nein er ist Türksstaatsbürger obwohl die Angebot gekriegt haben Deutschland das ärgert mich natürlich meistens wissen Sie ich habe meinen Sohn noch nicht richtig zurückgekriegt muss ich ehrlich sein man hat ihm sein gut fünf Jahre gestohlen er war noch so jung ich meine was hat er denn begangen hat er jemanden umgebracht hat er was geklaut wir haben unsere Kinder so richtig aufgezogen ohne was zu klauen ohne wir bezahlen unsere Steuer ganz ehrlich Rabi, Sie sind seit Ihrem zwölften Lebensjahr in Deutschland Sie haben immer erzählt Sie sind gerne hier Sie leben gerne hier und denken jetzt aber nach wie sowas in Ordnung gebracht werden kann was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten Herr Docke gibt es das Unrecht was Ihnen widerfahren ist das kann man gar nicht wieder gut machen diese fünf Jahre das ist so eine schlimme Erfahrung gewesen was wir eben auch von Herrn Kurnatz gehört haben das sind Dinge die einen Menschen prägen und ich befürchte dass Sie auch einen Menschen ein Leben lang nicht mehr richtig loslassen das ist auch mit Geld und schönen Worten nicht wieder gut zu machen wir überlegen in den USA ich zusammen mit meinem amerikanischen Kollegen ob wir dort einen Schadenersatzprozess anstrengen das ist nicht einfach wir haben in dem Fall Kurnatz bessere Karten als in anderen Fällen weil die amerikanischen Akten selber hergeben dass die Amerikaner wussten dass er unschuldig ist und trotzdem wurde er so lange in Guantanamo festgehalten trotzdem ist das kein Spaziergang diese Klage sie wird lange dauern und ob sie letztendlich dann von Erfolg geprägt ist man weiß es nicht Herr Kauder ich frage Sie jetzt nicht in Ihrer Rolle als Vorsitzender des Untersuchungsausschusses sondern als Mensch wenn Sie das jetzt hören dass da jemand wie Murat fünf Jahre lang in die Mühlen der Nachrichtendienste und dieser falschen Einschätzung gekommen ist was empfinden Sie da Sie sind fünf Jahre des Lebens geklaut worden Sie werden es mir nicht übel nehmen dass ich mich in meiner Rolle als Vorsitzender eines Untersuchungsausschusses auch in dieser Rolle bewegen werde wir sollten eines klarstellen ein Untersuchungsausschuss eines deutschen Parlaments ist kein Tribunal gegen amerikanische Behörden das würde unseren Auftrag übersteigen es hat also keinen Sinn zu fragen wie ich menschlich dazu stehe das ist meine Verpflichtung was die Amerikaner anbelangt als Ausschussvorsitzender nicht da habe ich meine persönliche Meinung sicher dazu die sich mit ihrer nahezu deckt Guantanamo ist etwas menschenrechtswidriges aber das haben wir nicht zu befinden wir haben zu klären und darauf hat der Kornat sicherlich einen Anspruch warum der deutsche Staat sich nicht frühzeitig darum gekümmert hat aber dazu bin ich und da bitte ich auch um Verständnis zu sehr Jurist ich würde gerne den Sachverhalt aufklären und dann eine abschließende Meinung wären Sie gerne in so einem Moment einfach jetzt nur mal Mensch meine menschliche Einstellung dient dem Herrn Kornatz nicht ihm dient was am Ende bei einer Untersuchung durch einen Untersuchungsausschuss herauskommt wie schwer fällt es Ihnen jetzt diese Rolle beizubehalten das ist mir überhaupt nicht schwer damit habe ich jahrzehntelange Übung als Jurist und es ist vielleicht auch gut wenn jemand versucht das objektiv abzuarbeiten und nicht für eine Seite Position ergreift sich damit den Blick verstellt für Untersuchungsaufträge ich werde versuchen das objektiv abzuarbeiten und zu einem stehe ich auch das habe ich in der Presse auch gesagt für mich wirkte dieser Vorwurf dass deutsche Soldaten wie Herr Kornatz es ja heute geschildert haben geradezu in sadistischer Weise mit ihm umgegangen sind absurd aber ich habe auch in der Presse erklärt dass man auch irreal erscheinende Situationen durchforsten muss aufklären muss denn auch der Vorwurf den El Masri erhoben hat klang am Anfang etwas irreal Herr Leindecker halten Sie es für möglich dass es da so eine Grauzone gibt der Eliteeinheit der Bundeswehr man mag das ja gar nicht formulieren aber dass solche Misshandlungen möglich sind wissen Sie es gibt eine Schwierigkeit Herr Beckmann bei all dem was wir jetzt sehen wir sehen hier einen jungen Mann dem fünf Jahre gestohlen wurden und wenn wir sagen wir zu Lüge nach dem allem was mir hier zugefügt wurde aber gleichwohl muss man versuchen die Vorgänge ganz egal ob es um die beiden Soldaten angeblichen deutschen Soldaten geht oder auch um den zweiten Besuch des Beamten der angeblich vom Bundesamt für Verfassungsschutz ist das muss man überprüfen und erst dann kann man zu einer Wertung kommen gleichwohl es klingt wenn man sich das anhört ungeheuerlich es kann aber natürlich auch eine Kameraderie sein dass irgendjemand dabei ist und fühlt sich bemüßt in so einem Augenblick auch noch den harten Mann zu spielen das würde aber darauf hindeuten dass die ausgezeichnet ausgebildeten Soldaten der KSK in diesem Punkt nicht richtig ausgebildet wurden wenn sich einer zu sowas hätte hinreißen lassen wäre es auch ein großer Skandal für die Bundeswehr ein übles Dienstvergehen das strafrechtlich verfolgt werden müsste was mich an der Sache nur sehr geärgert hat war kurz nachdem das Interview von Herrn Kornas mit diesem Vorwurf auf dem Markt war wurde quasi aus dem Bundesverteidigungsministerium offensichtlich heraus lanciert über die Presse so eine Art Gegenbewegung eingeleitet wachsende Zweifel an den Aussagen von Herrn Kornas es wurde daran festgemacht erstens die KSK sei noch gar nicht in Afghanistan gewesen zu diesem Zeitpunkt und zweitens wir hätten auch ganz andere Uniformen als Herr Kornas beschrieben hat inzwischen wissen wir dass beide Dinge doch so sind wie Herr Kornas gesagt hat lassen wir uns mal über den zweiten Punkt reden die zweite Frage in Guantanamo die zweite Befragung von Murat Kornas wir haben darüber geredet April, Mai 2004 Murat sagt es wäre der gleiche Mann dort gewesen der schon zwei Jahre zuvor da war wäre das ein politischer Skandal wenn die Bundesregierung den Kontrollausschuss da unvollständig informiert hätte Herr Leindecker es wäre ein Skandal wir haben Berichte vorliegen die zum Teil eingestuft sind wie Herr Kauder eben nochmal gesagt hat aber aus denen geht hervor das ist jedenfalls 2004 und da geht es von April bis Oktober wenn ich das richtig verstehe das ist ungefähr der Zeitrahmen dass es keinen Besuch eines Deutschen gegeben hat es hat eine dienstliche Befragung alle drei in Frage kommen gegeben alle drei haben erklärt nein sie seien nicht dort gewesen die Präsidenten sind befragt worden man hat sich die Reisekostenanträge man hat sich alles durchgeschaut so wenn nun doch einer der drei dort gewesen wäre würde das zwei Dinge bedeuten zum einen der Bericht ans Parlament wäre zumindest unvollständig gewesen wenn nicht falsch und zum zweiten hätte ein Präsident einer Sicherheitsbehörde den Laden nicht im Griff und einer seiner Beamten die dort war und immerhin Handelssieben Referatsleiter und stellvertretenden Referatsleiter hätte die Unwahrheit gesagt also das wäre also auch die Möglichkeit dass da einer auf eigene Faust hingefahren ist also das ist ja bei seinem Modell drin ich gehe einfach davon aus dass ein deutscher Beamter der dienstlich erklärt ich war dort nicht und der Präsident sagt das ist völlig ausgeschlossen dem muss ich auch ein Stück glauben also man kann es nicht einfach so verteilen dass man sagt jetzt gibt den Vorwurf und der Vorwurf muss stimmen aber wenn sich das herausstellen sollte ich kann nicht verstehen warum Herr Konatz irgendjemanden beschuldigen sollte den er gar nicht kennt also dass er irgendeine Person irgendeinen deutschen Beamten so in Schwierigkeiten bringen würde durch seine Aussagen das traue ich ihm keine Sekunde zu von daher ist es ein großes Rätsel und das muss geklärt werden und wenn es sein muss am Ende auch dann mit einem Staatsanwalt und ich hoffe auch mit der Presse ich möchte Morat fragen Morat was sind Ihre Zukunftspläne? ich möchte wieder ein Leben führen wie vorher ein ganz normales Leben ich möchte wieder arbeiten ich möchte wieder im Beruf als Chefbauer? wahrscheinlich und möchte auch wieder heiraten ich bin jetzt schon 24 möchte heiraten und eine eigene Familie haben ich bin damals schon verheiratet gewesen nur wegen meiner Haft habe ich meine Frau verloren ich wusste davon nichts bis zu meiner Freilassung ich habe davon erst in Deutschland unterwegs erfahren Morat Sie hatten die Hoffnung Sie kommen zurück und sie wäre noch da und hätte auf Sie gewartet ich habe nie gewusst dass dass wir geschieden sind ich habe davon nie erfahren Morat ist Deutschland noch Ihre Heimat? ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen ich habe ich unterscheide mich nicht von einem ich unterscheide mich nicht von irgendjemand anders der in Deutschland geboren ist und aufgewachsen ist ich bin hier zur Schule gegangen ich bin hier aufgewachsen ich bin aus Deutschland Herr Beckmann eines wollte ich noch sagen ich möchte mich von hier aus schon bedanken an an den ganzen Menschenrechteorganisationen die sollten wirklich funktionieren auch die Deutsche Rote Kreuz auch die die guten Menschen die wirklich geben auch die Schauspieler Schauspieler Schauspielerin die ich gekannt habe ich bin wirklich auch für die Kirche dankbar die haben uns eingeladen ich bin wirklich dankbar an Frau Merkel was sie für uns getan hat war das der Wendepunkt dass Frau Merkel das Gespräch mit George W. Bush geführt hat und ihm gesagt hat aber klar sie hat sich natürlich hat sie sich eingesetzt das finde ich sehr sehr toll von ihr echt jetzt ich möchte mich von hier aus für die guten Menschen mich bedanken als eine Mutter ich möchte niemanden ich möchte keine anderen Kinder sowas geschehen Frau Kuhnert ich bedanke mich sehr für den Besuch und wünsche Ihnen von Herzen dass das Herz wieder irgendwann froh wird und da Ruhe einkehrt Murat herzlichen Dank für den Besuch für das Gespräch und ja dass die Träume die da sind dann auch ein bisschen Wirklichkeit werden in nächster Zeit bedanke mich sehr bei meiner Runde Bernhard Tockel herzlichen Dank für den Besuch Hans-Lein Decker vielen Dank für die Erläuterung und Herr Kauder ich bedanke mich sehr dass Sie gekommen sind es gab einige die haben abgesagt die wollten nicht kommen sie haben sich gestellt herzlichen Dank dafür so und ich wollte Ihnen sagen nächste Woche 22.45 Uhr sind wir wieder da wie immer nach den Tagesthemen würde mich freuen wenn Sie dabei sind jetzt kommen Sie gut durch die Woche und jetzt kommen die Kollegen des Nachtmagazins mit den neuesten Nachrichten alles Gute Tschüss in Berlin diskutieren Politiker über Probleme mit Unterschichten in Deutschland doch keiner will zur Unterschicht gehören mehr dazu gleich im Nachtmagazin manch einer weiß zu viel und er weiß zu wenig denn Venedig hat viele dunkle Kanäle wenige Menschen sind sehr reich und mächtig geworden weil sie Giftmähle entzogen Amis reporting the arrival of pizza Pistole Brunetti das wird einen Skandal geben Brunetti warum machen Sie sich bloß solch eine Mühe es gehört zu meinem Ruf Donna Leons Endstation Venedig Am Donnerstagabend im Ersten Die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2006 präsentiert von Jörg Pilawa Es ist der Abend der Besten Erleben Sie Ihre Stars in dieser außergewöhnlichen Gala live aus dem Kolonäum in Köln Der Deutsche Fernsehpreis das TV-Ereignis des Jahres am Freitagabend im Ersten Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin Guten Abend meine Damen und Herren herzlich willkommen zum Nachtmagazin In Deutschland gibt es 6,5 Millionen Menschen die Folgendes gemeinsam haben Schulden schwierige Familienverhältnisse und einen Hang zu autoritären politischen Verhältnissen Das ergibt eine neue Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und Parteichef Kurt Beck warnt vor einer wachsenden Unterschicht Das böse U-Wort wurde heute oft zum Unwort erklärt Aber egal ob wir die 6,5 Millionen Menschen nun Unterschicht nennen oder nicht die Debatte macht die Lage nicht besser Es gibt sie die Armut in Deutschland im Osten mehr als im Westen Florian Barth über Menschen die raus wollen aus der Unterschicht Gehört so einer zur deutschen Unterschicht? Jürgen Dorsch 28 Arbeitsloser Akademiker Beim Arbeitsamt hatten sie bislang keinen Job für ihn Dabei hat er erst vor kurzem sein BWL-Studium abgeschlossen Aber nun statt Karriere der Gang zum Amt und damit auch gesellschaftlich im